Bei dem Startradesee, da gibt es jetzt sehr viel Platz hier auf 1 Uhr hinter dem See. Und da wird gerade einer hochgeschmackt. Puh! Das ist alles gut. Ja, ich würde mich jetzt Kedobahn zeigen, da ich mal neu kleben. Ja, also man kann sich auch relativ schnell damit vorzusehen. Aber dann wird es natürlich auch ein bisschen lauter. Man kann natürlich die Hüftung dann zuwarnen, aber dann wird es zu heiß. Und jetzt geht es auch schwerer los. Ja, sehr schön. Also irgendwie haben wir uns immer Spaß rausgemacht. Und dann ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und der könnte am längsten in der Luft halten. Okay. Ja, und da haben wir jetzt eine sogenannte Wolkenstraße. Sehen Sie die? Ja. Oh ja. Der Schreckenskrieger, der versucht jetzt an einer hochzukommen. Mhm. Und dann fliegt der quasi geradeaus von der einen zur nächsten Wolke. Um dann, wenn die Bedingungen gut sind, nur noch zu ziehen und zu drücken. Mhm. Das ist der sogenannte Delfinstil. Das heißt also, da wo Steigen ist, liege ich sehr langsam, damit ich wirklich viel von dem Steigen mitnehme. Und sobald dann zwischen den Wolken dann wieder fallende Situationen da sind, weil da muss ja die Luft sich ja wieder ausgleichen. Mhm. Da geht man dann schneller, um da schneller durchzukommen. Mhm. Da eben ist Köln, hier den Dom und den Colonius. Ja. Genau. Der ist immer sehr schwarz, der Kölner Dom, ne? Ja. Ja, Siebengebirge sieht man ganz schwach am Horizont genau vor uns. Mhm. Ja. Ja, haben wir doch richtig Glück. Ne, da der große Tagebau, Abbau. Mhm. Ja. 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 Ja, also links drauf kann ich auch wie Sie sehen. Aber rechts ist meine Schokoladenaum. Ich entschuldige mich dann immer selber damit, dass eben hier auf der Nordhalbkugel die Thermik links rumkreist, also habe ich immer mehr dagegen. Ja, es war sehr knapp am Anfang, aber Ihre Zeit kühlt ist aufgeschlagen. Ja, aber Sie mussten es ja machen. Ja, aber ohne das Steigkühlen wären Sie jetzt schon längst knapp. Ja, das genau. Ich steige jetzt ein bisschen steiler und ein bisschen schneller, dadurch ist das Sinken da. Ja, klar. Dann landet gerade einer und die nächste Landung machen wir dann. Okay. Also Sichtpotenzial ist da. Ja, ich glaube, das war bestimmt nicht das letzte Mal, das Flug im Wind. Ja, kommen Sie vorbei. Zum Zweifel macht mir das eigentlich auch mehr Spaß. Aber ich meine, ich habe einen Einsitzer, der steht da vor der Halle, da sagte ich neben dem Windsack gehen. Hatte ich mir heute Morgen aufgebaut, damit ich da mitkriege. Aber gut, Gasflüge sind wichtig jetzt auch und finde ich auch gut. Das ist ja leider genau auf der Bahn, ich guck mal, ob ich noch den Preis ziehe, dass der dann vielleicht da bisschen aus der Bahn raus ist. Ich meine, das Spiel ist ein bisschen schlimme, weil der Platz ist lang genug und da muss man dann eben weit geschleppt werden.